Cheerio, meine Lieben, mit Pharma. Es regnet, yay! Willkommen zurück zu Stadio Rally. Ja, dann können wir den Glasaugenbarsch heute fangen. Ja! Wunderbar. So, ein frischer Hummer für eine wundervolle Frischsprünge, an denen ich arbeite. Wer gast, besitzt er denn jetzt? Alles klar, Hummer. Dafür müssten wir eigentlich die Dings hier auch basteln. Ah, das schon. Jetzt mal gehen wir rein. Hi! Einmal Heu. Einmal muss hier noch hin. Hier wird er hier automatisch gefüttert. Dann müssen wir nämlich gleich den Dings noch füllen. Die Krampenschreusen. Die Krampenschreusen müssen wir fühlen. Sieht hier unten aus. Alles gut. Gehen wir weiter. Hier wächst auch noch alles vor sich hin. Das ist wunderbar. Und hier wird das hier drinnen leider nicht gegossen vom Regen. Wäre schön, wenn wir so eine Dings hätten. So eine Sonne, so eine Sonne, so ein Schalter, wo man dann so das Dach aufmacht. So. Kurz ein Screenshot gemacht. Also, wir müssen wieder Gras kaufen. Heute mal dran denken. Heute auch so, ich weiße mal dran denken. So. Ich muss die Sache hier rein. Ach, warte. Ich will die Steine hier auch hier mit reinpacken. So. Packe ich den Stoff woanders mit hin. Und hier mit rein. Hier eine Brusten-Hummer. Ja, ich brauche eine Flasche Trüffelöl. Ja, wir sind Sashimi. Meine Güte, ey. Dass ihr nicht alles wollt. Dass ihr nicht alles wollt, Leute. So, jetzt lass mal ein bisschen Gras kaufen gehen. Das hört sich immer noch so falsch an. Ich geh Gras kaufen. So, gibt's nicht hier noch eine vernünftige Mission. Nein, schon wieder Schneidiger. So, Hype hier. Ich brauche mal ein bisschen Gras. Ich kaufe mal 30 Stück. So. Dankeschön. Ist unsere Angel denn bestückt. Unsere Angel ist mit allem bestückt. Perfekt. Ja, wir können ja jetzt bei Willi hier noch ein paar Köder kaufen. Also so soll das Problem wird es nicht sein. Kaufen bei Willi ein paar Köder. Dann werden wir unsere Angel noch ein bisschen mit auffrischen. Und dann wird er den Glasaugenbarsch. Ah. So. Zack, 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 zack. Dafür muss ich aber erst mal die... Genau. So. So. Bring mir schön den Hummer hierher, ne? So. So. Ist er jetzt nicht da? Na? Doch, da ist er. Hi. So. Mehr Jungfrau-Amulett. Juhu. So kommt er erstmal natürlich zur Seite. Weil du wirst ja jetzt noch nicht, ne? Noch nicht. So. So. Wie gesagt, brauche ich jetzt nur noch ein paar... Die Glasaugenbarsche kommen sowieso erst zurück Richtung... Richtung... ...12 Uhr. So. Hier und... Perfekt. So. Ach komm, wir angel mal da hinten. Auf der anderen Seite. Oh. So, jetzt wirst wir auf 12 Uhr warten. Weil von 12 bis 2 Uhr... ... ist das fangbar. Na, da waren wir mal. Der Fisch soll ruhig sein. Das heißt, das kann ich... ... so langsamer gehen. Ach, mhm. Aber deswegen trinke ich mal ein bisschen was. Da musste ich ja gar nichts mehr haben. Ne Siegurke. Warum nicht? Ach, mhm. Bisschen was trinken bei. Kleine Sardine. Mh. Ich glaube, am See war das nicht... ... und... ... wir müssen kurz weiterlaufen. Nicht am Meer. Ich muss den Ziegen entlegen. Äh. Ah, ein Fisch, der aber ein bisschen mehr was auf sich hat. Alles klar. Komm. Äh, 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 äh. Ich geh mal kurz zum See. Ich bin... ... ein bisschen Banane. So, mitnehmen. Was er dafür irgendwie eine Brücke braucht. Guck mal, da ist eine Sache... ... seichte Wache Wasser da an. Oh, durchwarten können. So. Ich will heute den Glasaugenbarsch. Ich geh nicht weg, bevor ich den Glasaugenbarsch nicht gehabt habe. Ich will das Aquarium endlich beenden. Das könnt ihr sonst knickern, Freunde. Hm. Bum, 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 ba-dum, 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 ba-dum. So. Dann machen wir hier weiter. Bing. Bing. Hm, hm, hm. Brav bleiben. Brav. Wow. Ich muss sagen, das kann nicht der Glasaugenbarsch sein. Der Glasaugenbarsch ist nämlich cool. Warte mal, ich lese doch noch mal kurz einmal nach. Ja, Glasaugenbarsch. Im Herbst. Bei Regen. 12 Uhr, 2 Uhr, Fluss, See, Wald, Teich, Wald, Hof, Teich. Ruhig. Schwierigkeit, 45, was auch immer das bedeutet. Können wir eigentlich. Da ist es eine, wenn es regnet, im Fluss, See, Wald, Teich, Junge. Winter. Okay, wir haben keinen Waldhof, sondern wir haben ein Dings, ne? Wald, was ist denn, Wald, Teich? Ja, das ist genau das, wo wir jetzt gerade sind. Hier oben ist auch einer. Ein bisschen falsch, oder? Ne, da, tatsächlich. Ne, wollen wir hier angeln. Ich bin halt total verplex. Richtig hinsetzen. Komm, Glasaugenbarsch, das ist das Einzige, was wir noch nicht haben. Ich hätte einen Schwarzbarsch. Alter, dein Algel kannst du ganz weit. Ich habe mich so ein bisschen gemobbt gerade. Es riecht nicht, es riecht nicht. Wir haben die Uhrzeit. Oh, das ist jetzt das Problem, weil es gewittert. Wir sind natürlich bescheuert. Ja, da ist er. Ha, 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 ha. Das hat zu sein, ich war ihm gefehlt, ne? Ja, ha, 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 ha. Den bringen wir jetzt sofort hin. Ich will nicht warten, ich will den jetzt erledigen. Da, 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 da. Und dann können wir jetzt beim Tresor auch nochmal gucken, wegen dem Geld. Weil wir brauchen jetzt nicht so viel Geld. Äh, Moment. Oh, 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 oh. Unsere lieben Tierchen hier. So, das brauchen wir natürlich, dass wir hier nur noch Kunden haben. So, sehr schön. Tschüss. Glas-Augen-Barsch. Dein Zug fährt durch, alles klar. Glas-Augen-Barsch. Oh, yeah. Glas-Augen-Barsch. Morgen ist ja wieder Sonntag. Dann können wir Geschenke vergieben. Und... Die reisende Händlerin ist da. Hallo. Ich hätte die Marki-Roll aber auch hier mitbringen können, wenn wir es schon alles ranpacken können. Egal. So. Bang. Bündel-Complete. Ein kleiner Leuchtring. Wow. So viele wundervolle Bündel. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Wow. Oh. 10.000. 25.000. Kein Blitzableiter. 25.000. Da. Sehr schön. Also einmal 25.000. Dann brauchen wir nur noch das Schwarzbrett. Dann haben wir im Winter alles erledigt. Achso, als nächstes hat Joe die Geburtstag am 12. glaube ich oder so. Da habe ich bereits auch schon Krusty Mark. Und da werden wir kochen müssen. Die machen mich nur hoffenweise gekocht für die Richtung. Und Diamanten. So, den Ring können wir eigentlich nur reinschieben. Schmeißen wir den hier rein. So, den Blitzableiter packen wir unten hin. Ja. So, dann nehme ich jetzt schon mal Geschenke mit. Für Hayley und Penny brauchen wir ja keins. Na? Genau, Hayley und Penny brauchen wir keins. Das bedeutet, wir nehmen einmal ein Ja da mit. Wir nehmen... Einmal ein Ja da mit. Sonstrum ist er falsch. Das Problem müsste zwar der ebbige sein, ne? Wir nehmen einmal einen Wein mit. Erdbeeren mit. Weil wir haben weder einen Kugelfisch jetzt noch, noch haben wir... Der verkauft sie morgen Kugelfische. Also gucken wir jetzt mal beim fahrenden Händler vorbei. Genau, machen wir das mal. Sonst müssten wir leider ein Geschenk nehmen, was sie jetzt nicht so feiert. Aber da kann man leider nichts für. Ich hab schon wieder vergessen, die... Oh, wir werden zufrieden. Och, Mann. Genau, die machen den Dings da weg. Den, 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 den... Stein. Weil, dann kommt nämlich... Kann es nämlich sein, dass man ab und zu um ein bisschen Erze... ...angelt. Und wir haben wieder Sonne. Wir finden auch morgens wieder Wind. Aber wir haben noch Königin der Soßen. Obstalat. Mmmh. Pia. Lecker. So. Äh, einkaufen sind natürlich auch noch. Das nächste Bier ist fertig. Äh. Ich verzweifle, dass Abigail Bier trinkt. Also, dann kann man die Senfkohl auch kaufen. Ähm, die Sichelbrauner. Äh, zack. Ach so, dann gehen wir mal links hier. So, so. So. Kannst du einfach mal ein Bier herstellen. Dann das da rein, das da rein. Das Bier, das da rein. Was ist das? So, zack, zack. Perfekt. Schon fertig. Der hat einen Tag gebraucht, um den Silo zu bauen. Ich bin begeistert. So, man verkommt ihr hier. Ich seh das schon. Ja, ich muss heute endlich damit denken, euch zu wiesen. Äh. Also, wir müssen gleich Arte-Chakro wieder kaufen. Arte-Chakro, sag ich schon wieder. Senfkohl. Und Weizen. Ihr habt schon wieder hoffenweise von dem Gras gefressen. Seht ihr seht, da denkt ihr, wir lassen. Oh. Ihr seid ganz schön verfressen da drüben. War beschackt hier. War beschackt. Okay, sonst wächst alles vor sich hin. Das ist gut. So. Hallo. Habt keine Milch? Alles klar. So. Nein. Meh. Meh. Ein Ei. ne hier ich wollte gerade sagen, hallo so, sehr gut dann gehen wir mal wieder nach unten äh bin ich denn wahnsinnig wie gesagt, könnt ihr doch hoffen, dass die vielleicht wieder Kugelfische greift schon muss ich gucken, was ich der guten Abigail schenke komm, du hast doch bestimmt wieder Kugelfische einen Sandfisch hast du toll noch ein Flusskrebs Roschetta müssen wir mal Roschetta mit vielleicht mal sie sehen ja hi äh, Tierbedarf ich kaufe mal 250 sehr schön die scharfschäle brauche ich noch nicht dafür müssen wir erstmal den den hühnerstall ausbauen warum ich immer für den schafstall für schafe ich hoffe du magst nämlich eine wunderschöne hallo mach hinter dir bitte schnell die tüte zu Okay. Adana, du bist hier. Ja, ich habe aber aus Versehen meine Maus mal wieder aus dem Bildschirm gebrüllt. Hallo. Willkommen in meiner brandneuen Dunkelkammer. WTF? Also, was hältst du davon? Hey, danke. Ähm, so jedenfalls, was willst du tun? Versuchen sie zu küssen. Das will ich jetzt mal kurz... Moment, Moment, ich gebe gleich eine Antwort. Ich gebe gleich eine Antwort. Ich will mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich sage, äh, versuchen sie zu küssen. Äh, Hayley, 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 was ist denn? Da. Hayley, Hayley, Hayley. Hayley, Hayley, Hayley. Ja. Nein. Oh, gut, dass ich das nicht gemacht habe. Okay. Oh, Gott, ich habe so lange darauf gewartet. Ein Moment. Eine dunkle, dunkle Kammer. Zwei kürzen sich. Ich muss dazu nichts mehr sagen. Eindeutiger gibt es ja nicht. Oh, das wird so unangenehm. Das wird so mega unangenehm. Die Szene. Hallo, Penny. Hast du Maro gesehen? Zu gut nachgedacht. Wo ist es zu den 10 Jahren? Besten mit Frauen und Kindern. Die arbeitet aber heute hier nicht, ne? Nein. Kann es denn sein, dass die nur Dienstags aushilft? Ich wollte was kaufen. Ich muss noch was kaufen. Hey, Pierre. Hey, Pierre. So, jetzt verbaue ich wieder mal 16 Mal. So. Ach stimmt, ich muss Heidi auch noch was schenken, ne? So, wir wollen noch 16 Mal weizen. Perfekt stopp gemacht. Moment. Lass ich gleich mal Handy geben. Eier. Hey, woher muss das für mich? Das sieht lecker aus. Das muss ich nicht schmecken. Na ja. Dann wird das mit Abigail halt ein Stückchen länger. Morgen müssten die Preiselbeeren an nicht fertig sein, wenn ich mir Datums angucke. Oh, nee. Wir haben die einen Tag später eingepflanzt. Wir haben die einen Tag später eingepflanzt. Dann werde ich jetzt mal Maro ihre Erdbeeren schenken. Ja, Erdbeeren. Und dann schmeiß ich das Heu. Huch. Das ist merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, was diesen Felden zu verschwitten gebracht hat. Dieser Fluss kommt aus den Tiefen des Berges. Huch. Hey, siehst du das Glitzern im Wasser? Ja, das ist wirklich ein gutes Erd. Die Ströme muss jetzt aus dem Berg abgetragen haben. Mhm. Du weißt, was das heißt, oder? Nö. Wir können mit der Erzwäsche beginnen. Der Erzwäsche? Hier, ich habe noch eine Erzpfanne in meinem Rucksack. Nimm sie ruhig. Eine Erz... Was? Solltest du je Erz im Wasser glitzern sehen, kannst du diese Pfanne benutzen und hoffentlich fündig werden. Alles klar. Kupferpfanne. Okay. Das macht einen natürlich neugierig irgendwie, ne? Aber hier ist jetzt... Hier glitzert nichts. Ah, ich wollte zu Maru. Mal sehen, ob die jetzt noch zu Hause ist. Weil ihr Vater ist auch schon unterwegs. Oh, Glück gehabt's. Maru! So, hi! Ähm... Hm-hm. Ja, hier brauchen wir stark. Hier, den Pferdestall müssen wir noch machen. Rucksack-Hühner-Stall. Stimmt, das fehlt noch. 20.500 Mal Holz und 200 Stein. Okay. Holz müsst ihr die Worte noch haben. Ich hätte nämlich jetzt gerade bei der Sequence mit Hayley, hätte ich nämlich gedrückt so... Ja, ich helfe dir beim Dekorieren. Das wäre aber falsch gewesen, weil sie wären nämlich enttäuscht gewesen. Und sie wollen geküsst werden. Hm-hm. So, Leute. Ich würde sagen, ich bin die Folge für heute. Ich werde jetzt nicht mehr viel machen. Ich werde die... Ja, ich werde die Blaubeeren gießen. Hm-hm. Ich werde den Weizen einpflanzen, den Senfkohl aufgießen und dann, ja, nicht schlafen. Also, wer sowohl wenn ihr den Pferd bewerten könntet, denkt an den roten Knopf der Liebe unter diesem Video. Also, ich werde das jetzt mal wieder sehen. Bye-bye. Untertitelung des ZDF, 2020